Du kannst der Beste sagen, wenn du deine Ziele verfreust, es geht um Blut, Schweiß, Tränen, Liebe und Stolz. Du kannst der Beste sagen, wenn du all die Zweifel vergisst, lass die Hater reden, denn es geht allein um dich. Leute, Stop Alkohol, Start Fitness. Wir sind heute hier im Keller der Mernz-Hans in Hamburg. Silla ist am Start, Sportredaktion und Fitnessredaktion ist am Start. Wir gucken mal, was die Jungs so machen. Ich glaube, die sind schon fleißig am Trainieren. Hier ist zum Beispiel, der Nico baut interessante Sachen auf, damit man noch fitter bleibt. Wir gucken mal, was der Silla so macht. Sieht ganz so aus, als ob der Silla am Rudern ist. Silla, bist du am Rudern? Ja. Aber nicht am Zurückrudern. Ich guck kein Zurück mehr. Das ist schon ein cooler Keller. Also eine coole Location, hier zu trainieren auf jeden Fall. Silla, es gab einen Satz fertig, vielleicht ein kurzes Interview. Bang! So Leute, wir sind hier, JVA in Tegel. Ich habe noch 13 Wochen vor mir. Krass, wie wach hast du ein? Ich bin zu fit. Ja, ich bin zu krass. Mitglied der Health Angels, Health Men's Health. Hade auf zu saufen, macht lieber Sport. Das ist die Message.